Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im neuen Jahr und bei der Denkfabrik. Erfolgreich erleben durch produktive Gedanken. Typischerweise wird am 1. Januar meistens das Thema Vorsätze, neue Ziele und so weiter angesprochen. Aber ich habe mir gedacht, ich schiebe das ein bisschen hinaus, als Video zumindest, und gehe heute auf das Lernen ein. Also, wie funktioniert eigentlich Lernen? Wie kann man besser lernen? Im Endeffekt handelt es sich ums Lernen, um zu lernen. Und heute will ich einfach einen kleinen Trick verraten, der mir bei meiner Merkfähigkeit sehr geholfen hat. Und zwar ist es das zusammenfassende Denken. Irgendwo habe ich, glaube ich, mal gelesen, das Denken in Kategorien, aber ich kann mich auch täuschen. Ihr könnt euch das wie auf Amazon vorstellen. Geht doch einfach mal auf Amazon.at und auf der linken Seite findet ihr dann den Reiter Alle Kategorien. Dann geht ihr runter und seht Bücher, Filme, Elektronik, Haushalt und so weiter. Dann klickt ihr mal auf Haushalt beispielsweise. Beziehungsweise öffnet sich ein weiterer Reiter und ihr seht dann rechts Haushaltsgeräte, Kaffee, Espresso, Elektro, Großgeräte. Dann könnt ihr mal auf den ersten Punkt klicken, zum Beispiel Haushaltsgeräte. Danach öffnet sich eine neue Seite und ihr seht dann Kaffee und Espressomaschinen, Küchenmaschinen, Küchengeräte. Und darunter jeweils Kaffee-Vollautomaten, Kaffee-Maschinen, Kapselmaschinen. Und das ist im Grunde nichts anderes. Ihr habt eine Kategorie. In der Kategorie, zum Beispiel Haushalt und Garten, findet ihr Haushaltsgeräte und Staubsauger. Wieder im Grunde als Kategorie. Und hinter dieser Kategorie steckt dann wieder eine Kategorie. Zum Beispiel bei Kaffee-Vollautomaten. Und dann kommt ihr zu den einzelnen Marken. Das ist ein sehr bildlich dargestelltes Denken in Kategorien oder ein zusammenfassendes Denken. Und der Vorteil von Kategorien ist, dass ihr nicht mehr alles eigenständig lernen müsst. Ich kann da nur aus der persönlichen Erfahrung sprechen, wenn jetzt irgendwas Neues zu lernen ist. Zum Beispiel die Geschichte von China oder Asylrecht zum Beispiel. Und ist das ja im Grunde etwas komplett Neues. Und ja, es lernt sich einfach ein bisschen schwierig. Wenn man das aber von vornherein in Kategorien einordnet, wird das leichter. Und es wird noch leichter, wenn man schon eine Kategorie dazu angelegt hat. Zum Beispiel gibt es Rechtsquellen. Als Rechtsquellen bezeichnet man zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention und neu lerne ich jetzt das Asylgesetz 2005. Das wird in diese Kategorie Rechtsquellen unter Genfer Flüchtlingskonvention und Europäische Menschenrechtskonvention eingeordnet. Und damit verknüpft man im Prinzip sein Wissen und lernt das nicht nochmal eigenständig. Und wie gesagt, mir hat diese Vorgehensweise extrem geholfen, um mir einfach besser verschiedene Dinge zu merken. Ihr könnt das auch selber ausprobieren. Überlegt euch zehn Begriffe und erfindet dafür einzelne Kategorien. Am besten drei Kategorien zum Beispiel. Nehmt zehn Begriffe und steckt sie in drei Kategorien, die ihr selber beschriftet. Zum Beispiel Messer, Gabel, Löffel unter der Kategorie Besteck. Dann lest fünf Minuten oder drei Minuten irgendetwas anderes oder steht auf und macht, geht durch die Wohnung, putzt euren Kühlschrank und denkt nicht mehr darüber nach. Dann setzt ihr euch wieder hin und versucht euch an die einzelnen Begriffe und an die Kategorie, die ihr angelegt habt, für die Begriffe zu erinnern. Ich glaube, ihr werdet euch an 99% erinnern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das zusammenhängende Denken ein bisschen näher bringen. Freue mich über Erfahrungen, Kritik in den Kommentaren und wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss.